hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von modem für drei ich bin grad ziemlich beschäftigt aber ja wir spielen hier team deathmatch noch nicht gut gleich so gut aber leicht um das zu richten und kleiner flünder war ich mag irgendwie dies gar nicht ich weiß nicht genau hat ein täter nimmst du schwarz das sag ich auch nicht wo ich hab ich hab die idee nein ich mach immer eine klasse mit mp5 wo ich hab so glück gehabt also ne es geht ich hab mir jetzt ne snapperklasse gemacht wie kein bock mehr und fasziniert eine klasse habe ich ein sniper hast du cool eine sniper klasse ja aber nicht die stunde klasse glaub ich also müsste die vierte klasse sein ja er ist drin okay ich nehm dich so ein klasse prob ich auch mal zu snipen okay ich kann ich krieg's kaufen wir gucken einfach wenn man es gar nicht hin kommt direkt vorbei und haut mir richtig in die fresse klasse ne und es laggt einfach es nervt was ein typ ne ich hab geh ich nicht ich kann nämlich nicht krieg's kaufen nein ich krieg's kopien und der bekommt hitmark erbärmlich man gott wie das immer scheiße sind immer so leute reise auf dich müssen ja ich bin klar mit snapper natürlich natürlich mit snapperklasse sonst nichts wo fick dich hey von wo halt ich war ja von vorne das ist so ein hier ist oder was von diesen laden da wo sind die denn er wusste lol lol Alter ich habe nicht recht 20 Meter rückstoß bekommen ja ich kann nichts machen nein ich habe nicht gesprayt so scheißegal das ist public ja also was du willst also private private liegt das auch scheiße ich hab die nicht getroffen oh der ist schon tot ok hey hitmarker ich weiß auch nicht lol hitmarker ja jetzt ohne Witz also ich hab die MSR sogar lol was man ich war doch um die Hecke was soll die scheiße alter Stryker ist so ne Noob warum spielen die das ja 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 ich mach mich ganz gesch- ne du musst mich stumm machen also genau wie denn ich kann ihn nicht stumm machen hm egal MP9 Akimbo ich wollte eigentlich zählen aber das tut's auch ey Stryker wer spielt denn Stryker ey gott in dem Moment werde ich angeschossen ich komme so rein sorry nochmal ich komme so rein weisse und da waren wir nicht dort ey quickscope und denkt nichts weiß was warum weil ich immer wieder ähm Pitmarker die geht das nervt einfach alter Junge MP9 Akimbo was soll das los komm oh Messerwerfer MP9 Akimbo spielt man nicht man ich spiel kein Dings mehr kein äh Sniper das nervt einfach man kann im Public kein Sniper spielen wann immer ein Stryker oder irgendwie so ungerichte Sachen kommen oder so weiß ich wenn wir dann müssen ja jetzt hier irgendwie reden gott ist auch so logisch ist ne die wissen dass ich aufnehme und auf einmal reden die unter meiner Tür ja unter der Tür ja die gehen so extra unter die Tür ja und dann ja vor der Tür ist doch jetzt egal Gott ah scheiß auf die Sniper ich hab's Striker weißt du so gewinnig zwei Kämpfe ne aber Stryker ein Schuss tsch 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 hey Stryker sind so scheiße ne und das besser wenn ich das ist nur der eine Typ ne ja ich sterb von mehreren die Stryker spielen immer das ist erbärmlich alter scheiß Helikopter da wo bleib ich hin wohin Helikopter f*** dich ah ich hab mich gerade mit der Flash selbst gekillt und dabei hat der andere Typ den Kill bekommen ja weil ich so so ich dachte ich drehe mich einmal umwerf den Flash ja was mach ich 360 aus Versehen ja und werf den Flash gegen die Wand die kommt zurück und kill mich alter Stryker hat er hat er ohne Witz nein zweimal hintereinander Stryker getötet worden das ist echt erbärmlich so was ja ey beende jetzt die Aufnahme weil ich muss ganz kurz weg ok ja ey 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 ey